Präsentiert von indesignpodcast.de, Ihr ProfiCast für Layout und Design. Indesign CS4 bietet neue Wege, den Übersatz in Tabellen zu beheben. In Tabellen weist ein roter Punkt darauf hin, wenn ein Übersatz vorhanden ist. Neu ist auch, dass der Texteditor nun jede einzelne Tabelle darstellt. Wie sieht es jetzt bei Adobe Indesign CS4 mit dem Umgang von Übersatz in Tabellen aus? Nun schauen wir uns das einfach mal an. Das heißt, ich wechsle jetzt hier einfach mal auf eine entsprechende Seite und dann nehmen wir gleich das neue Navigator-Werkzeug von Indesign CS4 her. Das heißt, ich gehe einfach mal entsprechend auf die Seite, wir suchen hier mal rein, nehmen wir mal hier so einen Ausschnitt. Und hier haben wir eben auch entsprechend schon eine solche Tabelle. Was fällt jetzt bei dieser Tabelle auf? Nun ganz einfach, wir haben jetzt hier rechts, ich mache das mal größer, so einen kleinen roten Punkt. Was sagt uns der jetzt? Nun, dieser rote Punkt sagt uns, dass wir hier in dieser Zelle Übersatz haben. In der Vergangenheit, sprich mit Adobe Indesign CS3, war das ja nicht ganz trivial, einen solchen Übersatz zu bearbeiten. Was hätte ich da gemacht? Nun, im besten Fall hätte ich ganz einfach hier reingeklickt, hätte entsprechend eben hier die Tabelle vergrößert, also genauer gesagt die Zelle, hätte den Text gekürzt und hätte dann entsprechend eben hier das Ganze wieder zurückgestellt. Sprich, auf die Ausgangsgröße. Eine interessante Funktion gab es ja schon in Adobe Indesign CS3, den Texteditor. Nur wir kennen das, wenn wir den Texteditor in Tabellen einsetzen, dann bekamen wir leider nicht den Inhalt der Tabelle angezeigt, sondern einfach nur so ein kleines Icon, anhand dessen wir sehen konnten, dass es sich um eine Tabelle handelt. Wenn wir jetzt den Texteditor aufrufen, ich mache das mal, also Command-Y oder Befehl-Y, je nachdem auf welcher Plattform wir arbeiten, scroll hier mal rein. Das heißt, wir haben also jetzt hier, kennt man schon, von den einzelnen Zellen den Text und nicht nur das, sondern wir sehen eben zusätzlich hier entsprechend in unserer Tabelle den Übersatz. Sprich, das ist hier die Zelle, die ich bearbeiten möchte. Und hier wird eben in rot dargestellt, wann der Übersatz beginnt und entsprechend wann der Übersatz aufhört. Das heißt, einmal durch das Wort Übersatz, wie kennzeichnet und eben entsprechend hier links durch diesen roten Balken, was mir eben den gesamten Übersatz hier darstellt. Gut, ich mache es mir jetzt an der Stelle mal einfach. Das heißt, ich schreibe jetzt hier nicht einen neuen Text oder schreibe den Text um, sondern ich bin jetzt mal ganz pragmatisch. Ich lösche den einfach mal raus, damit Sie einfach mal sehen, wie sich der Übersatz eben hier oder beziehungsweise die Anzeige ändert. Ja, wir sehen also eben entsprechend jetzt hier, dass der rote Balken verschwunden ist. Das heißt, der Übersatz existiert nicht mehr und wir sehen eben auch entsprechend hier rechts im Hintergrund in meiner Tabelle, dass der rote Punkt hier ebenfalls verschwunden ist. Das bedeutet, dass der Übersatz eben hier ja behoben wurde. Das heißt also, ich kann jetzt in Adobe InDesign CS4 mit diesem Texteditor sehr, sehr einfach und elegant Übersatz in Tabellen beheben, ohne dass ich die Tabelle selber in irgendeiner Art und Weise in ihrer Größe verändern muss. Das ist auch nicht nachdem, dass der Übersatz, sehr einfach und big oder wie sich die Tabelle selber in irgendeine Art und Weise verändern muss.